Der Mann, die Frau, das Kaffee, okay, aber der Kaffee, die Stadt und das Mädchen, macht das irgendeinen Sinn? Ist das irgendwie logisch? Hi, ich heiße Nicola und ich unterrichte Deutsch bei Kapitel 2 in Berlin. Heute spreche ich über das Genus. Nicht der Genuss, nein, das Genus. So heißt das grammatische Geschlecht der Nomen. Der, die, das. Und die sind nicht immer identisch mit dem biologischen Geschlecht. Es gibt ja drei Artikel im Deutschen. Der, die und das. Und die begleiten das Nomen. Der, die und das sind die definiten Artikel im Nominativ Singular. Woher weißt du aber, welcher Artikel zu welchem Nomen gehört? Leider ist die Artikelzuweisung im Deutschen nicht so leicht und nicht sehr logisch. Es gibt aber ein paar Kategorien, die dir helfen. Und die erkläre ich dir jetzt. Dir helfen zwei Dinge. Die Wortbedeutung und die Endungen. Wir beginnen mit die. Die, das Femininum, ist der häufigste Artikel im Deutschen. 46% aller Nomen sind weiblich. Und deshalb fangen wir mit die an. Zunächst kann bei der Artikelzuweisung nach dem natürlichen biologischen Geschlecht unterschieden werden. Feminine Berufsbezeichnungen, die Lehrerin, die Unternehmerin, die Kellnerin und weibliche Tiere, die Hündin oder die Katze. Achtung bei das Mädchen. Das ist eine Ausnahme. Femininen sind auch folgende Wortgruppen. Auch bestimmte Endungen weisen auf den femininen Artikel hin. Nomen auf Vor allem wieder bei weiblichen Berufsbezeichnungen wie Ausnahme hier der Sport oder das Licht. Das war der Feminine. Kommen wir jetzt zum Maskulinum. Der. 34% aller deutscher Nomen sind männlich oder maskulin. Das Genus einiger maskuliner Nomen kann man ebenfalls wieder an seiner Bedeutung erkennen. Vor allem wieder am biologischen Geschlecht. Männliche Personen, der Mann, der Junge, der Begabte, maskuline Berufsbezeichnungen, der Lehrer, der Unternehmer, der Kellner und männliche Tiere, der Hund, der Kater. Achtung bei das Kind oder das Baby. Das sind Ausnahmen. Folgende Wortgruppen sind ebenfalls immer maskulin. Tageszeiten, Jahreszeiten, Monate und Wochentage. Zum Beispiel der Morgen, der Mittag, der Abend. Ausnahme hier die Nacht, der Frühling, der Sommer, der Januar, der Oktober, der Montag, der Samstag. Himmelsrichtungen sind auch maskulin. Der Süden, der Nordosten, Wetterbezeichnungen, der Regen, der Wind. Ausnahmen hier das Eis oder die Wolke. Alkoholische Getränke, der Sekt, der Wodka. Ausnahme das Bier. Automarken, der Mercedes, der VW. Züge, der ICE, der Regionalexpress. Immer maskulin sind auch Nomen, die folgende Endungen haben. Ant, der Lieferant, der Passant. Ent, der Dirigent, der Patient oder der Präsident. Die meisten Nomen mit der Endung er. Der Koffer, der Computer oder auch Berufsbezeichnungen wie der Lehrer. Ausnahmen hier die Butter, das Fenster, die Leiter, die Mutter. Ich, der Pfirsich, der Teppich. Ling, der Schmetterling, der Zwilling. Ismus, der Alkoholismus, der Tourismus. Ist, der Optimist, der Tourist. Or, der Autor, der Motor. Das war der. Kommen wir nun zu das. Das ist das Neutrum. Nur 20% aller Artikel im Deutschen sind neutral. Auch beim Neutrum gibt es wieder Wortgruppen, die man nach Bedeutung ordnen kann. Und die sind dann immer neutral. Dazu gehören Bruchzahlen. Das Drittel, das Viertel. Buchstaben. Das A, das O. Farbnamen. Das Blau. Das Schneeweiß. Substantivierte Adjektive. Das Schöne, das Gute. Und substantivierte Verben. Das Essen. Das Lernen. Metalle und Materialien. Das Silber. Das Holz. Chemische Elemente. Das Helium. Das Uran. Es gibt auch hier wieder Endungen, die auf den neutralen Artikel hindeuten, wie Chen und Lein. Diese Diminutive, Chen und Lein, machen alles kleiner oder verniedlichen das Bezeichnete. Für Chen zum Beispiel das Häschen. Das Mädchen. Lein. Das Fräulein. Das Männlein. Das Tischlein. Die Endung ing. Das Shopping. Das Training. Ment. Das Dokument. Das Instrument. Nis. Das Ereignis. Das Hindernis. O. Das Auto. Das Kino. Tum. Das Christentum. Oder das Eigentum. Ausnahmen hier zum Beispiel der Reichtum. Um. Das Datum. Das Zentrum. Und die Vorsilbe G. Das Gefühl. Das Gerede. Das waren die besten Hilfen für die bestimmten Artikel der, die das, die ich kenne. Diese Kategorien sind aber nur Richtlinien und passen leider nicht zu 100%. Es gibt immer einige Ausnahmen. Manchmal treffen die Kategorien nur auf 70% der Nomen zu. Am besten lernst du die Artikel also immer von Anfang an mit. Im Wörterbuch findest du auf jeden Fall immer von jedem Nomen den passenden Artikel. Natürlich brauchst du auch immer ein bisschen Glück. Ich wünsche dir weiterhin ganz viel Spaß beim Deutschlernen. Wenn es dir gefallen hat, dann lass mir noch einen Daumen da und wir sehen uns bei Kapitel 2. Ich danke dir und auf Wiedersehen. Ich danke dir und auf Wiedersehen.